Mal gucken was ich denn machen Wahrscheinlich noch ein paar Videos gucken Irgendwie ist mein Abo-Seite total verbuggt Ich krieg keine neuen Videos mehr rein Hatte ich auch cool zeitig, ja Wir fliegen jetzt aber eigentlich wieder heute Ein bisschen Naja, bei mir gar nicht Haben wir das geliked? Brauchst du ein Medkit? Ja Was? Oh, wie der beliebt und getötet denn Oh, ich spawne meine die und bin tot, ey Mann So wieder? Na, wir sind voller geworden eigentlich nicht Was ist denn das hier? Städten, oder? Ist ein bisschen hektisch gerade, ja Die A ist doch chilliger Oh, ey, damn 5K 100 Service War das gerade eine Clamer? Fast draufgegangen durch irgendeine Explosion Oh, entschuldige Städten 0-3 Ist trotzdem zu weiter Ja Oh, scheiße Oh, am Ziel Alter Und ich 99 ist es Und ich werd weggesnipert Oh, 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 komm Was? Und um 100, ey Ey So was wird kotzen gerade Oh, das kann nicht sein Sonst sind zwei noch Renn um die Ecke tot Renn um die Ecke tot Renn um die Ecke tot Renn um die Ecke, ey Hast du das durchgescrambelt, ey? Schau mal Ach, ich hab den Typen oben mit seiner Scheiß Sniper gekriegt Mein erster King Er kommt schießen um die Ecke, hä? Okay Äh, ne Ne, danke Ich hab keine Lust mehr Ich sterb nur Ich bin überlegt Ich sterb nur, ne Nein, danke, ey Okay, her Pfff, der Sniper da oben drauf Ich bin nämlich gespawnt Ich bin nämlich gespawnd Ich bin nämlich gespawnd Wer sind die Rounds, Mann? Oh, ich bin doch Oh, ich hab das mit drei um die Ecke Oh, man. Die drei machen wir auch nicht mit Ja, deswegen Nein, danke Okay. What? MP7 insta-kill? Get your ammo! What? Johannes-4E is a bit unnormal. From anywhere else. The 350. Pisswaffe. MG-Waffe. Got your ammo right here! Cause you're too bad! Dude. I don't think you needs a lot of speed. Tires. DARR'. WUH Ich habe eine frische Ammo für dich. Was ist das so typisch? Was ist easy squeezy? Alter, Instagip. M16. Instagip, ich stell mir grad wirklich nur vor, dass die da mit dem Laserhaus nicht umlaufen hat. So fühlt sich das an. Aber nur tot. Boom. Deswegen hab ich ja gerage gequittet. Die Sachen funktionieren irgendwie. Verdammter Killzone. Uh, ich hab ein Double. Das war nichts. Oh shit. Oh shit. Okay, wir haben uns in der G53. Ohne Attachments. Pff. Das war's. Na ne, pfff. Gucken wir mal noch ein Erster. Der einzige der positiv ist im Team bin ich. Oh, ist das laut. Boah, block mir denn. Oh, blablabla. Oh, blablabla. Oh, blablabla. We got your ammo! Get up! Get up, we're all gonna die! Oh, blablabla. Oh, blablabla. Oh, blablabla. What? Ich hab das. Was? 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 Boah, wir kennen uns in einem 16. Sehr süß. Spotservice da, ja. Oh, blöde. Was war das denn? Das ist halt die Insta-Gip. Um die Ecke. Ich habe den Brett. Alter. Und die haben alle 34, 46, 8, 31, 9, 26, 27, 63, 13, 2. Und wir haben hier 6, 6, 7, 23, 5, 2, 15, 1, 8. Ich hatte 1, 7. Ich krieg noch mal einen von den 3. Das war so lange du durchhältst, ey. Ich habe noch 23, 19. Es geht noch. Wenn es positiv ist, geht es immer noch. Ich bin ja noch lange. Nein. Noch ein 3, ey. So wenig Schuss hat die Waffe. Ja. Noch 31. Oh. 10 zu 9. Pff. Tolle Umfrage. Wie viele Autos besitzen Sie? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir haben eine kommende Umfrage. Kann ich das. Ja. Kreuz 1 an. Vielen Dank für Ihre Antwort. Leider passen Sie bei dieser Umfrage nicht in unser Publikum. Oh. Oh. März 2 an. Warte rein. Kumpel. Fertig. Warte rein. Warte rein. Warte rein. Warte rein. 25, 23, jetzt bin ich fast negativ, P90, wenn jetzt geht P90, Laser-Side und aufhalten. So, das habe ich auch drauf, cool. Boah, Frame-Drop das gerade war. 10 Tickets, 8 Tickets, das bohren ich auch nicht mehr.